Ihr habt bestimmt davon gelesen, Daten von Politikern und Prominenten wurden geleakt als Hackerangriff. Man vermutete zuerst ein ganzes Netzwerk, das ruckzuck alles durchforstet hat. Am Ende hat sich herausgestellt, das war ein 20-jähriger Schüler, der sich in mühsamer Kleinarbeit über ein Jahr hinweg alle Daten angesammelt hat. Flüchtling Schiebel, ein 20-jähriger Schüler, der noch bei seinen Eltern wohnt. Ja, da hat sich das Kräfteverhältnis aber offensichtlich auch ziemlich verändert. Also die Gefahr droht demnächst nicht mehr aus Russland oder China, sondern eher aus den Kinderzimmern dieser Welt. Er hat sich halt, glaube ich, gedacht, ich kann es halt und die schützen das eh nicht genug. Und jetzt sind natürlich alle Datenschutzbeauftragten der Regierung und anderer Organisationen irgendwie, ja, dass so ein Schülereinkommen ist, hätte nicht passieren sollen. Wir gucken, was wir besser machen können. Das ist blöd, wobei ich aber auch sagen muss, das war jetzt nur zur Hälfte ein Hack gewesen. Die andere Hälfte war einfach sehr, sehr gründliches Recherchieren gewesen von Informationen, die halt eben teilweise einfach öffentlich da sind. Es wurde zwar gesagt, dass das eigentlich keinen politischen Hintergrund haben sollte. Aber es war schon auffällig, dass kein Politiker der AfD betroffen war. Das ist, finde ich, nämlich auch sehr auffällig. Also jede andere Partei, jede große andere Partei in Deutschland bis eben auf die Alternative für Deutschland ist davon betroffen. Auch verschiedene Menschen, Personen des öffentlichen Lebens, aber halt eben kein Politiker von denen. Das ist zumindest interpretationswürdig. Aber auf die Interpretation wollen wir uns jetzt gar nicht groß einlassen. Ich möchte auch der AfD daran keine Schuld geben. Ich glaube nicht, dass einer bei denen daran beteiligt war. Ich glaube nur, dass die Sympathien des Täters entsprechend liegen. Vielleicht, vielleicht nicht. Wir können es einfach nicht sagen, dass unsere Datenlage zu tun. Wo die Datenlage aber wesentlich besser ist, ist unsere Meldung Nummer zwei. Genauer gesagt, unser Hack Nummer zwei. Oh Gott. Beziehungsweise Collection Nummer one. Davon habe ich nicht gehört. Sieben Millionen Nutzerdaten. Siebenhundert Millionen. Mehr als siebenhundert Millionen Nutzerdaten. Also mit Datum unserer Aufnahme. Heute läuft es jetzt auch gerade in den Nachrichten teilweise. Haben so viele Menschen überhaupt Internet? Aktuell haben, Gott weiß ich glaube, 3,9 Milliarden Menschen. Also etwas über 50 Prozent der gesamten Weltbevölkerung haben jetzt Internetanschluss. Und davon jetzt etwa ein Viertel? Ja, beziehungsweise halt die Nutzerdaten. Ich meine, wie viele Benutzerkonten hast du bei verschiedenen Diensten. Das stimmt schon wieder. Da ist das Wichtige eigentlich. Diese Datensammlung als Collection Nummer one bezeichnet. Von einem Australier, der die Seite haveibeenpawns.com betreibt. P-W-N-E-D hinten. Nicht Pornos. Wir packen es euch in die Show Notes mit rein. Dort könnt ihr überprüfen, ob ihr halt auch Teil des Ganzen seid. Also einfach eure E-Mail-Adresse eingeben. Und wenn die in einem dieser Datensätze, die der Mann da gesammelt hat, auftaucht, dann seid ihr halt einfach gewarnt, was da war. Also ob ihr da betroffen seid oder nicht. Wichtig, das sind alte und neue Hacks. Ich habe selbst mal geschaut. Ich wurde bei zwei Konten betroffen. Da habe ich unter anderem auch der Tumblr-Hack von 2013, der 2016 schon bekannt wurde. Also das ist ja okay. Schon 2016. Aber der halt schon bekannt ist. Aber das nur als Warnung da draußen. Wie gesagt, haveibeenpawns.com. Wir packen es euch auch nochmal in die Show Notes dazu. Und ansonsten. Weitere Themenüberblick. Davon habe ich auch nicht gehört. Spionage für alle mittels Apple AirPods. Genau. Die Apple AirPods, also diese drahtlosen Kopfhörer, die ja über was? Bluetooth funktionieren. Können halt eben auch zum Ausspionieren missbraucht werden. Also wenn man sich da in den Bluetooth reinhackt. Okay. Ja, das ergibt Sinn. Hätte man vorher wissen können. Also drahtlos. Ich meine, ganz ehrlich, dass man jetzt auf den Trichter kommt. Also es ist ja auch mit Alexa und Co. Also den Sprachassistenten. Die wurden ja auch schon für Hacks mit benutzt. Einfach weil dieses drahtlos natürlich vieles ermöglicht an der Stelle. Also insofern nur als Hinweis an der Stelle haben wir von FutureZone.at gefunden, die Quellen-Daten und die Quelle als Informationen. Und packen wir natürlich auch gerne in die Show Notes mit rein, dass ihr euch das nachlesen könnt. Jawohl. Es gibt ja auch so viele Google-Suchanfragen. Ist das irgendwie spannend? Ja, so verhältnismäßig. Also da auch nur als Hinweis. Augsburger Allgemeine haben wir da als Quelle mitgenommen. Die wichtigsten Google-Suchanfragen vom Jahr 2018 hat halt vor allem mit den üblichen Tagesthemen zu tun. Also sei es jetzt Daniel Kübelböck, der ja, ich glaube, gestorben ist. Ich glaube, ich habe keine Ahnung. Ich habe das nur am Rande mitbekommen. Ja, ich habe nie aktuell gestanden. Was ich wusste, ist, dass er verschwunden ist und nicht mehr aufgetaucht ist. Und man vermutet, dass er ins Meer gesprungen ist. Ja, irgendwie bei einer Kreuzfahrt, wo er, glaube ich, auch aufgetreten ist. Irgendwie sowas in diesem Kontext. Aber das war halt eben auch ein recht häufiger Suchbegriff gewesen. Dann natürlich auch Weltmeisterschaft, also Fußball-Weltmeisterschaft. Eigentlich so das Übliche in den Tagesthemen, was halt eben auch häufig gesucht wird. Mond, wegen dem Blutmond, der jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme der Ausstrahlung letzten Montag gewesen sein wird. Cool. Ja, so. Hier gab es aber auch diesen Supermond gab es ja auch im letzten Jahr, Mitte letzten Jahres. Und das war halt auch ein Beispiel, Suchbegriff hat eben recht probierbar. Zu einer angenehmeren Zeit. So einfach. Ich weiß auch nicht, 2018, das ist ja auch nicht so toll. Das ist immer diese Verklärung im Nachgang. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Wir packen euch den Link da auch in die Show Notes von der Augsburger Allgemeinen. Da könnt ihr auch gerne mal dann so ein bisschen nostalgisch nachschauen, ob euch diese Begrifflichkeiten auch betroffen haben. Dann wurden ein paar Apps analysiert von Privacy International. Haben die was mit Amnesty International? Und das ist auf jeden Fall eine internationale Organisation, die in dem Fall mit der Privatheit Datenschutz auseinandersetzt. Und 61 Prozent der Apps, die irgendwie Daten verarbeiten, geben trotz DSGVO ohne Zustimmung der Nutzer diese an Facebook weiter. Yay. Danke. Das ist cool. Können wir da irgendwas machen? Nein, das ist einfach diese praktische Umsetzung des Ganzen. DSGVO gibt es ja erst seit einem knappen Jahr. Da möchte ich bei uns übrigens auch, wenn wir unsere Mai-Folge haben, mal so einen kleinen Rückblick machen. Und so ein Jahr später ist die Apokalypse ausgeblieben. Ja, nein, vielleicht. Wenn ich dir schon mal Fragen dazu, die ihr noch habt, schickt die her. Wir haben dann, glaube ich, Dorothee Bär, die Datenschutz-Bär. Ich bin immer, nee, ich bin der Staatsministerin. Ich frage regelmäßig an, aber inzwischen scheint das Büro mich da zu ignorieren. Nachdem man mir immer gesagt hat, die Frau Bär hat ja leider so viel zu tun. Ja, sie muss halt Selfies bei Twitter hochstellen oder so ein Spaß. Oder ein Dürnbel auch noch fest auftreten. Ich glaube schon, dass eine Staatsministerin mehr zu tun hat, als man sich so vorstellen kann. Mag sein, aber wir hatten schon teilweise Minister bei uns auch zu Gast gehabt. Und die haben sich trotzdem Zeit genommen. Von Thüringen, mein Gott. Was ist Thüringen nicht schlecht? Ich mache Thüringen nicht schlecht. Ich behaupte, dass in dem Bundesland weniger zu tun ist, als in dem ganzen Staat. Ja, merken wir jetzt gerade. Aber das sind persönliche Meinungen. Anderes Thema. Also, noch eine Meldung, dann sind wir eigentlich schon fast durch. Ja, das habe ich doch auch letztens auch schon mal gesagt. Wenn das aufkommt, Social Media rückt als Nachrichtenquelle immer weiter an die Spitze. Print wurde weiß überholt. Keine Überraschung. Wer liest dann heutzutage noch Zeitungen? Und trotz des Vertrauenverlustes im Laufe des letzten Jahres, verlinken wir euch eine Studie von online-marketing.de. Also als Quelle finde ich es immer, also ich habe immer Twitter offen für, wenn was passiert. Und wenn, also wenn irgendwas aktuell passiert, dann wird da mindestens einer, von denen ich folge, drüber twittern, drüber tweeten. Was sagt man jetzt in Deutschland? Keine Ahnung. Twittern. Twittern. Oder twittern. Das lese ich dann. Okay, was ist passiert? Und dann kann ich bei seriösen Quellen, weiß nicht, Tagesschau.de, Frankfurter Allgemeine, Spiegel, oder Spiegel, bin ich jetzt auch mal vorsichtig. Es geht aber einfach nur darum, Social Media wird als Nachrichtenquelle immer relevanter und interessanter. Und um eine alte Rubrik mal auszukraben, die wir schon eine Weile nicht mehr genutzt hatten. Und um es auch gleich einzustimmen auf die Social Media Situation in Deutschland, haben wir uns mal wieder die Länderliste beim Branchendienst Alexa. Das hat jetzt nichts mit dem Sprachassistent zu tun, gehört aber beides zu Amazon. Rausgekramt mit den beliebtesten Websites in Deutschland. Weiterhin Google auf Platz 1. Ja, also Google.com, ganz wichtig. Google.com auf Platz 1. Google.de auf Platz 3. Genau, weil er hat eben unterschiedliche Domains, die werden also extra gezählt. Aber in den Spitzenpositionen gibt es jetzt recht wenig Überraschungen. Facebook ist allerdings auf Platz 5 abgedriftet, was zum einen vielleicht mit Apps zu tun hatte. Die waren teilweise auf Platz 2 gewesen. Könnte unter anderem damit zu tun, dass es schlicht einfach mehr App-Nutzer gibt, dass die Website nicht mehr so populär ist. Oder eben die Datenschutzsituation im letzten Jahr. Ich habe aber auch gehört, dass jetzt viele, gerade junge Leute Facebook eher als uncool empfinden, sodass alte Leute, Social Media, wo die Tanten und Onkels und Omas Bilder posten und irgendwelchen unlustigen Gruppen Sachen teilen. Ja, aber gerade die ADZF-Online-Studie hat herausgefunden, im letzten Jahr sind, haben sich, glaube ich, ab 60 war das gewesen, haben sich die Nutzerzahlen teilweise verdoppelt. Also die ab 30, 40-Jährigen, die steigen steil an. Und auch, was die Internet-Nutzung angeht und auch eben die Social Media-Nutzung. Also die rücken quasi wieder nach. Und inzwischen haben wir ja in Deutschland mehr als die Hälfte der Gesamtbevölkerung, die 50 plus ist. Also einer von uns beiden müsste über 50 sein, rein statistisch. So funktionieren Statistiken nicht. Ja, aber rein statistisch. Deswegen, ja, Statistiken in der Punkt. Aber auf den vorderen Plätzen eigentlich wenig Überraschungen. Die Russen kommen wieder. Auf Platz 9 und Platz 10. VGAD, das russische Facebook. Dann Mail.ru, das ist halt ein populärer Mail-Anbieter. Yandex.ru, das russische Google. Und die erste Pornoseite auf Platz 12, X-Hamster. Genau, auf Platz 13 kommt dann LiveJasmin. Soweit über YouPorn und Pornhub? Keine Ahnung. Ich habe mir letztes Mal auch schon gesagt, als vierte die ganze Zeit. X-Hamster und LiveJasmin scheinen populärer als Instagram zu sein. Zumindest die Website. Das ist ja eher der Punkt, die Website an der Stelle. Ansonsten gibt es nicht viele Überraschungen. Twitter, finde ich, ist ein bisschen vorgekochen. Auf Platz 18. Immer noch hinter PayPal als beliebtes Online-Bezahl-Service. Pornhub ist ein Platz populärer als Spiegel. Dann kommt Yahoo. Zu Recht. Twitch auf Platz 23, das ist vielleicht erwähnenswert. Also populäre deutsche Webseiten. Dann haben wir auf Platz 26 die russische Variante von Google. Dann Netflix. Also das russische Google ist in Deutschland populärer als Netflix. Ist damit Netflix der beliebteste deutsche Bezahl-Streaming-Service? Müsste ich jetzt nochmal kurz die vorderen Plätze anschauen. Also auf Twitch gibt es ja auch Premium-Variante. Ja, aber da hast du es auf den gleichen Content. Was prinzipieller angeht, würde ich sagen, ja, dürfte Netflix das populärer sein. Was gibt es denn aktuell noch? Also ist bei Amazon.com auch Amazon Prime mit dabei? Das ist ja automatisch mit drin. Ah, okay. Also das ist bei solchen Dingen immer ein bisschen schwierig. Ja, verschwommen, ob der Netflix aber Amazon Prime populärer sind. Gerade gestern bei meiner Weiterbildung in Hannover hatte ich auch eine Frage da getreffend der Streaming-Dienste und da ging es halt auch so um Empfehlungen, ob man es auslagern sollte oder nicht. Und da habe ich auch gesagt, Amazon hat ja auch alles bei sich drin, von Musik-Downloads über Streaming bis zum normalen Online-Shop. Ja. Aber weiter zum Beispiel. Nach Amazon Prime mit Netflix kommt auch erstmal lange Zeit nichts an bekannten Bezahl-Streaming-Diensten. Ja, also da kommt jetzt wirklich eine Weile nichts. Aber was ich sehr interessant finde, AliExpress. Wer? Was? AliExpress ist die 34 populärste deutsche Website, also in Deutschland populärste Website. Du kennst es nicht, das ist von Alibaba, dem chinesischen Amazon. Ah, okay. Ja, das ist so ein internationaler Dienst, also hier der Global Retail Marketplace von Alibaba. Und das finde ich sehr interessant. Das hat eben so weit im Vordergrund. Da hatte ich auch Anfang letzten Jahres mit einem Kollegen mal eine kleine Gesellschaft aufgemacht, wo wir halt so ein bisschen über AliExpress weiterverkaufen, sondern auch billig aus China beziehen und dann halt eben über einen intermediären Shop weiterverkaufen. War so ein bisschen auch als Testoberfläche für ein paar Sachen angedacht. Also das haben wir jetzt nicht wirklich anshaft betrieben, aber da haben wir eben auch AliExpress genutzt und das scheint jetzt auch generell populärer zu werden. Daher sowieso auch, weil... Wie teus sind die Versandkosten von China nach Deutschland? Unterschiedlich, aber es ist ja meistens eh über Schiff und China. Es war mal das billige Land der Welt gewesen, ist jetzt nicht mehr unbedingt der Fall. Aber, dass wir uns hier nicht zu lange mit aufhalten, was mir auf den Fall ist, GitHub ist populärer geworden, was ich eine schöne Sache finde. T3xX ist auch eine Pornoseite? Kann sein, aber es ist sehr interessant, ich finde, Tumblr ist halt abgestürzt. Ja, kein Wunder. Kann mit dem Pornobann zu tun haben, die uns in Dezember fangen haben. Da müssen wir im Thema selber noch mal drüber reden, aber ich habe noch Pornografische Bilder, egal, aber wir reden gleich nochmal über die einzelnen Netzwerke. Das hat nicht funktioniert mit dem Bann, das hat nicht komplett funktioniert. Das klappt niemals komplett, wenn du sowas in einem Bot überlässt. Ach, wo Bots. Quickies haben wir auch noch aufgenommen, oder besser gesagt, Christian hat welche aufgenommen. Ja, und ich bin kein Bot. Das war eine dumme Überleitung, weil das letzte Woche was gesagt wurde. Ich denke, apropos, und bis zum nächsten Thema, über egal, was wir zusammenhören, ist. Ich habe mich aber trotzdem geäußert zum Thema unserer letzten Sendung, davon quasi ausfließen. Kinder- und Jugendschutz, jetzt sollen die Ärzte ran. Kontext gibt es in der Sendung. Also im Quickie ganz konkret, packen wir euch auch alles in den Showdowns mit rein. Und ansonsten würde ich dann mal zu Tristan überleiten. Ja. Dann mach uns das mal einen kleinen Quickie. 24 Stunden vor der Aufnahme, also eine Woche vor Ausstrahlung, also noch diesen Monat, kam ein neues Lied raus einer Band, die ich hier noch nicht präsentiert habe. Kommt aus Japan, nennt sich Bandmade. Und das Lied heißt Bubble. Für die Radiohörer gibt es jetzt Musik. Und ihr hört eine Ebenweise in einer Sache. Du brauchst noch Kennzifahren für die Broschüre? In deiner Präsentation fehlen noch Statistiken. Für den Pitch willst du unbedingt Mediendaten? Kurzum, du brauchst Zahlen, Daten, Fakten? Tippe jetzt ein. www.socialmediastatistik.de Eine kostenlose Sammlung von Statistiken für Social Media und Netzkultur. socialmediastatistik.de Dein Statistikpool www.socialmediastatistik.de